Einmal 15 Minuten sind regulär neun Meter schießen nach dem Finale. Nach dem Spiel singt es weiter die Siegerung zum sechsten Globus Junior Cup 2016 beim SV Grosswaldstadt. Matthias Lerner benutzt die Turnierleitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2012 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zahn 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aufte, aufte, aufte! Vist die Hand, aufte, auf mit die Hand! Auf, mit die Hand! Kommt die Hand! Ist das nicht! Ich bin zwei, bis wir glücklich. Ich bin zwei, bis wir. Hey, hey! Halt! Weit! Aaaaahhhhhh!!! Ohhhhhhh!! Piyad! 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 Aaaaah!! Schmuck! Ich bin wachsend. Ich bin wachsend. ...und dann war der Leiter schon mal 0 zu 0. ... außer Vorlauf, Vorjoggen, die teuer sind hier. Denn wissen Sie, dass die Ausrichtung jetzt sowieso war. Mehr ist es geil. Okay? Tarek, komm! Komm, komm! Geben! 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 Auf geht's, Jungs! Hey, Jungs, die machen jetzt alle. Jungs, wir müssen da, bis es auf geht! Ach, hier, los. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ja, ich arbeite jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr. Ja! Applaus 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 Auf den Fall! Ganz ruhig, ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig, ganz ruhig! Ja! Applaus 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 Ja, Mann! Luka, Luka! Überragend. Irator, hast du schon bei mir? Hey! Glückwunsch! Danke auch. Danke. Danke. Das war's! Das war's! Scheiß drauf! Hopf hoch! Hey, nimm mal die Kopfi jetzt hoch! Ja, Jungs, das war ganz gut! Es geht hoch! Ganz groß! Alles gut! Okay? Hopf hoch! So, wir kommen jetzt alle Mannschaften, die noch da sind, zur Siegerung. Okay? Jungs, alles gut! Komm! Alles gut! Alles gut! Das war's! Und das war's! Eine Bitte an die Mannschaften, seid ihr nicht. Bleibt alle hier stehen. Zum Schluss auch die Bälle, die ihr gewonnen habt, wenn möglich in den Händen halten. SV Waldhof Mannheim. Stuttgarter Kickers. Gräuter führt. DJK 2 Slider. Alle nach vorne. Die DJK 2 Slider bedankt sich für die Einladung und gratuliert dem Turniersäger SV Mainz 05 und wünscht allen einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Rot-Weiß Frankfurt. Erster FC Nürnberg. Der DSV Schott Mainz. Viktoria Köln. SV Wien-Wiesbaden. So, jetzt bin ich gespannt, wie du alle Pokale trägst. Platz 5, auch glaube ich, die sind schon weg oder noch da, vor Donald Düsseldorf. Im Kleinfinale und im Globus Junior Cup stand der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt. Vierter Sieger Eintracht Frankfurt, komplett das Team und der Trainer zu mir, Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt bedankt sich für die Turniereinladung und wünscht allen eine gute Heimreise. Dritte Turniersieger, das komplette Team und auch der Trainer kommt zu mir. Glückwunsch VfL Bochum. VfL Bochum bedankt sich für das schöne Turnier und wünscht allen Teilnehmerin eine gute Heimreise. So, zwei tolle Mannschaften, nicht nur das komplette Team, viel toller Fußball, schöner Fußball, ein ganz spannendes Endspiel. Es kann natürlich nur eine gewinnen, im Halbfinale auch zwei schöne Halbfinale. Im Endspiel das Team vom Mainz 05 um SV Viktoria 01 Aschaffenburg. Glückwunsch, zweiter Turniersieger SV Viktoria 01 Aschaffenburg. Viktoria bedankt sich für die Einladung unserer Turniersieger. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Siegemusik kommt. Es wird immer lauter. Immer lauter. Siehe, wir uns wollen die Titelvertreinigen im nächsten Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Alle nach vorne, der Wissau. Mainz 05. Wir sind die Titelvertreinigen im nächsten Jahr. Ich bedanke mich für die herzliche Einladung und wünsche allen Mannschaften und Menschen bei uns reisen. Hey, 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 hey. So, der Trainer noch zu uns von Mainz. So, die Mainzer bitte in das Tor zum Siegerfotten. Liebe Gäste, vielen Dank. Bleibt all gesund. Bis zum nächsten Mal. Sagt SV Großwaldstadt. Die Firma Mehlensport. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. FSV Mainz 05. Bitte hierbleiben zum Foto. Ins Tor. Und wo ist der Coach? Wir haben noch nichts bekommen, oder? Wenn das alles war. Wenn ihr euch bitte machen, machen wir ein Foto dahinten im Tor. Wir wollen gerade noch ein Foto machen. In der Sekunde brauchen wir ein Foto. Ja, ich schiebe. Ja, ich schiebe. Ja. Musik 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 ja gibt sie ihn gibt sie gibt sie ich bin doch schön geflohen ich hasse euch ja danke